Ach, was ist in Mathe schon normal? Die Normale zum Beispiel. Die Normale ist das Gegenteil von der Tangente. Die Tangente, die kennt ihr, wenn wir hier einen so einen Punkt in einem Graphen haben, dann liegt die Tangente da so an, dass sie genau die Steigung der Funktion in diesem Punkt hat. Seht ihr auch schön, die geht hier genauso entlang und hat hier genau die Steigung wie auch die Funktion in dem Punkt. Die Normale ist jetzt auch eine Gerade und die läuft auch durch diesen Punkt, und zwar genauso, dass sich mit der Tangente 90 Grad Winkel ergibt. Man könnte quasi sagen, die Normale ist das Gegenteil von der Tangente. Tangentengleichung ist ja immer m mal x plus b und dieses m hier vorne, das gibt uns die Steigung der Tangente an. Frage an euch, wie lautet die Steigung der normale mn, habe ich jetzt hier genannt? Schreibt es mal in die Kommentare, jetzt gibt es direkt die Auflösung. Minus 1 durch die Steigung von der Tangente, denn genau dann ergibt sich 90 Grad Winkel. Wenn die Steigung zum Beispiel 2 ist, dann ist sie von der Normale minus 1,5, dadurch ergibt sich der 90 Grad Winkel. Ist Mathe für euch auch jetzt ein ganz normales Thema geworden? Schreibt es mal in die Kommentare, Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.